Warte, jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Hau rein, Jenny. Und jetzt sage ich Hallo da draußen nach diesem Abenteuer da oben. Kann ich jetzt? Ich hab die Leiter aufgewertet. Ich wollte eigentlich den Block da drunter aufwerten. Das ist eine Metallleiter. Nein, das kostet viel zu viel Metall. Ja. Leider. Doch, ich brauch Pfeile, sonst wird das hier gar nichts. Ja, holen wir jetzt am Tag. Kannst du 9mm machen? Ja, das ist die Einzige, die ich kann. Ich gucke jetzt. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen hier. Wir sind nämlich total überrannt worden. Die 10mm kann ich auch schon. Ähm, für die 762 brauche ich Gunsmithing. Okay, sechs Punkte da rein. Ich vermisste hier alles. Okay, Jenny, ich kann deine. Ja, cool. Das hat mich jetzt echt ein paar Punkte gekostet, aber gut. Ähm, das heißt, Gunpowder, das und das. Ich muss mich auch erstmal entleeren. Ich bin doch voll. Ich bin ja gerade erstmal aus der Stadt zurückgekommen. 9mm. Fleck, wenn du mich mal, wenn du mich ran lässt und mich mal Sachen machen lässt, dann kriegst du die auch. 9mm, Alter Peter. Also ich opfer jetzt mal ein bisschen, ähm, Metall. Ja, mach ruhig. Und werte unsere Frontseite mit, oh shit. Klöpsi. Ähm, mit, ähm, Dings auf, ne? Ja, ja, mach ruhig. So, Waffenteile. Waffenteile. Ich mach, Fleck, du kannst du sieh nicht. Nein, ich sortier doch hier. Hä, wo ist denn? Well? Ach, das war hier drüben. Ich glaub, da kommt schon wieder irgendwas. Old Cache gehört gar nicht hier rein. Oh. Okay. Wo hab ich denn diese Fire-Eggs her? Naja, gut, was soll's. Ach, kann das sein, dass du die... Ja, dann, ne. Ist das eine grüne? Nee, aber du kannst ja da, ähm... Doch, warte, ja, ja, grün. Ja, 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 grün, da, hier, nimm. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Hast du's so nicht? Hier ist auch noch ein Messer. Wo ist denn die jetzt? Ist das nicht dein Messer hier? Ich pack's mal dazu, da, in der Mitte. Da kannst du dann mal gucken. Äh, ja, ich nehm einfach mal eine Fire-Exhaust. Ne, mein Messer hab ich, komischerweise. Achso, ne, das ist es meins, dann ist es drinne. So. Aber, ich wollt mir ja... Ich hab'n, ich hab'n orangenen Mining-Helm. Wer will? Oh, ich nehm' den. Okay. Äh, wieso ist das jetzt so dunkel hier? Warum? Ist das jetzt so dunkel? Warte, was hast du denn? Mach dein Licht an. Sehr merkwürdig. So, Arruze. Arruze. Ich glaub', ich steig' auch für, für die eine steig' ich jetzt um. Auf'n Bogen. Was ist denn jetzt los? Ich glaub', da hat jemand Hunger. Ich hab' Hunger. Ja, bin ich. Ja, ja, ich auch. So. Jetzt haben wir jetzt drei Uhr zehnig. Ich geh' am nächsten Tag erst mal, äh, Federn sammeln. Ja, Federn. Federn. Ja, 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 ja. Das ist das, was wir jetzt alle machen müssen. Federn, Federn, Federn. Äh, da ist noch ein, äh, Airdrop. Wollen wir den noch holen vor dem, vor dem Ende dieses Tages? Haben wir noch ein Airdrop? Da ist noch ein Airdrop. Da ist noch ein Airdrop. Mh, echt, ja? Das ist interessant. Ich geh' einfach mal in Richtung des Airdrops, dann sammle ich unterwegs Pfeile, also Federn. Ich hab' ganz viel, ähm, ganz viel komische, äh, Parts hier gefunden für, für was weiß ich was. Also, was, äh, Waffenteile, ich hab, ich hab' extrem viele Waffenteile gefunden. Ich bin grad' am überlegen, ob ich jetzt einmal vor der Horde unseren Garten oben abbaue. Ja, mach ruhig. Und, ähm... So, neun, neun Millimeter, ich glaub', das muss ich eh in der Kiste, äh, in der Dingsmache. Und danach der Horde wieder anbaue, weil ich... Neun Millimeter, round, wie, was? Hab' ich doch... Ach so! Neun Millimeter! Also einmal das und einmal das und Papier nehmen wir auch und jetzt müssen wir Gunpowder ganz viel herstellen. Ach, das kann ich auch in der Chemiestation machen, na gut. Dann lass' ich die mal für mich arbeiten, ne? Das heißt, wir haben dann keine Kohle mehr, keine Kohle mehr. Gerade leer gemacht und dann bin ich doch schon wieder voll, weil ich noch ein paar Zombies vorne vor der Tür ausgenommen habe. Wir müssen, wir müssen die Horde, das halte ich nicht aus, wir müssen die Horde in dieser Aufnahmesession noch machen. Ich will die Horde sehen! Alter Fleck, war dir das der Action nicht genug draußen gerade? Ne, eben! Ich will die Horde sehen! Gib mir die Horde! So, eure Munition läuft. Ist noch nicht so viel. Muss reichen. Du kriegst 60, Jenny 17 nur. So, ich hab' alle, dann geh' ich jetzt mal... Ne, ich geh' jetzt noch nicht, wir haben's erst 4 über 18. Oh, jetzt hab' ich schon wieder umgeschalten! Hehehehe! Hehehehe! Sixty-V? Let? Brass? Ist doch eigentlich Brass? Bullet? Ich glaube aber, das mach' ich ohne... Ja, ich das mach' ich. Bullet? Bullet? Ach, Clay! Hier ist kein Clay mehr im Ofen! Patal! Wir müssen Clay einsammeln, wir haben gar nicht mehr so viel Clay! Ähm, ich hab' noch was in der Tasche. Ja, dann hau' mal hier in den ersten Ofen! Ne, ich werf's euch runter, weil ich jetzt grad am oben am rumdammeln bin. Und Bullet... Bullet-Tip! Jenny! Brauch' auch Clay! Ich hab's dir unten... Ich hab's dir unten hingeworfen, Jorle! An den Eingang! Äh, wat? Wo? Clay, unten, unten, unten! Da liegt aber nichts! 47, 48, 49, 50... Habe ich's eingesammelt? Nö? Blake, hast du Clay eingesammelt? Hast du Clay eingesammelt, Digga! Ey, ich hab' kein Clay eingesammelt! Digga, sag' mal! Ich hab' kein Clay... Digga, digga! Ich geh' mal den, den Airdrops holen! Ja, dann hol' ihn mal und bring' Pfeile mit! Bring' die Pfeile mit! So, für Jenny wieder die Sima-Monny! Könnt ihr euch denn aus der Workbench rausholen, ne? Machen wir! Mann, was ein Heckmeck, ey Guten Pfeile Heute ist Horde-Tag Heute geht's los, heute geht's Ich freu mir so Dann kriegen wir den wieder mit, oder? Oder kriegen wir ihn mit? Was ist ein mit? Naja, in der Session oder erst in der nächsten Nein, lass den mal mitmachen, ich will den sehen Dann machen wir noch eine vierte Folge Und dann bin ich auch ein bisschen beruhigt damit Hochladen, etc. Wobei, es geht ja jetzt relativ fix I want to break free Du musst da schon irgendwie Dödel einbauen Sonst würde das nix I want to doodle free Alles klar Leute, ich kann nicht mehr Das macht mich fertig, das Jolle so auf Dödel Fuck das, ey Ich kann nur dafür auch nix Ich will Victor mitbringen, oder? I want to doodle free Victor brauchen wir gerade nicht Ja doch, ein bisschen Fleisch, wenn du hast Ey, wir müssen das mal übersehen Ich sammle jetzt lieber Pfeile Oh Gott, ist ja auch alles angedutscht hier Komm, 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 komm Ich glaub, ein paar Spikes haben wir unten noch eingelagert Ja, ja, ich weiß, es ist Ja, komm schon So, bis auf der Mais ist alles abgeerntet Und einmal Ach, einer von euch kann mal die Shotgun leeren Die hab ich nämlich, ähm Ja, als Jenny, du bist doch hier irgendwo gerade Kann denn das passieren? Ich bin an dem Ding vorbeigelaunt Was ist denn das? I want to doodle free Jetzt hat sie nicht Wo, wo Ach, ich hab den Zappli gefunden Okay, es ist drinnen Oh, wieder nur kräckige Döns Ein Beaker war drinnen Jenny? Jenny? Ich kann gerade nicht Ich bin gerade auf Augenblick, give me a moment, please Muss mal das Ganze, was ich an Wo sind die Nester? Geh mal kurz ein bisschen Holz holen Was holt du Holz? Holz, mhm Hier, die haben auch die Mauer durchbrochen Aber ich glaube, das können wir uns eh auch für heute schenken Ja, wie viel sollen wir denn noch alles schaffen? Das wird nichts Das schaffen wir nicht, also Nee, das schaffen wir auch nicht Das wird immer so langsam Oh, nee, 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 nee Was denn jetzt? Oh, come on Habt ihr da was Schönes gefunden? Ich ist tot Eine Pistole hat die bei Äh, kurze Frage Da steht ein fucking Bär bei uns im Vorgarten Was? Wie, wo? Ich bin doch hier gerade im Vorgarten Wo soll ich Gleich hörst du sie, gleich hörst du sie brüllen Oh, auch noch so ein Zombie-Bär Nee, danke schön Was ist denn der Zombie-Bär? Zombie-Bär, der gibt kein Fleisch Der ist komplett verrottet Zombie-tös ist der Wie viele Pfeile habt ihr jeweils? 26 Nischt 10 Okay, super 9 Ja, weil die Öfen halt brennen, aber was willst du machen? Die haben das ein bisschen angehoben, also das Äh, ein bisschen ist gut Kaum brennt, kaum brennt ein Ofen Kommen hier gleich 20 von diesen komischen Trouten Was waren denn die Patchloads von 152? Weiß das wer? Du Fleck, wir haben es mal ganz spontan vor der Aufnahme gesehen Ich hab nur nicht reingeschaut Ja, stimmt ihr Lieben, wir spielen irgendwie auf der 152, das ist jetzt neu Aber wir wissen halt noch nicht so genau, ähm Was das überhaupt die Macht hat Ja Du, es gibt hier ne grüne Pistole, ne Fleck? Ist dir bewusst? Ich hab ne gelbe Ja, hier ist ne grüne Kann ich nehmen, ja Aber ich bin jetzt erst mal Ich suche gerade noch Pfeile Äh, Jenny, kriegst du die da, packst du sie? Weiß ich noch nicht, ich sag dir gleich Bescheid Shotgun Parts Warum haben wir das hier alles nicht verkauft, frage ich mich Das hat sich doch nicht schon angesammelt jetzt nochmal Das glaube ich nicht Doch, doch, bestimmt Na, ich weiß ja nicht Jetzt bastel ich hier komisch Ich glaube, wir hätten schon fünfmal wieder Sachen voll An irgendwelchen Waffen Wenn ich nicht hier alles immer zusammenbauen müsse Ich hab nen Huhn gefunden Töte es Töte es Nein, das ist ein Netzhuhn Nein, das sind Federn, Fleck Ja, ja Äh, Rocket Launcher Das ist für dich, Fleck Später Was krieg ich denn? Was krieg ich denn? Und ne SMG haben wir doch hier auch irgendwie schon Oh Mann, das haben wir schon SMG drück ich einmal drauf und dann ist Jenny wieder taub Ja, hör mir bloß auf, das war nicht allzu witzig Ratatatatata, hallo Viktor Haben wir ne Shotgun eigentlich? Ja, 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 eine ist da Äh, wahrscheinlich krieg ich auch noch ne zweite zusammen Ich hab da jetzt mehrere Ich hab schon wieder Muni für die Shotgun, deswegen Ja, ja, das, das auf jeden Fall Du, hier sind Schuhe, äh, drinnen, ne Cowboy Boots, die sind gut Guck mal, ob du die, ob du die haben willst Die 100 94er Diese Cowboy Boots, auf jeden Fall Die sind von den Werten her sehr gut Musst du, musst du einfach mal gucken Vielleicht brauchst du sie Braucht diese Shotgun Sowas braucht die Warte mal, ey, dann ist die zweite auch fertig Äh So, was wollte ich jetzt machen Sword of Shotgun ist scheiße, brauchen wir eigentlich nicht Haben wir noch ne Richtigung? Das wird so spannend heute Nacht, ich freu mir so Jetzt gleich los, Federn sammeln Ja, mach mal Ich hab schon 137 Das reicht nicht, never Bring mehr mit, Fleck Ey, bring mehr mit Da brauchen wir das und Goggles Äh, das da und das da Okay, ne zweite Hunting-Waffe hab ich auch Nice Ähm, so, jetzt mach ich noch eine Sache Aber die ist so von vornherein schon besser Dann krieg ich die das hier Alles klar, die ist blau Ne blaue Hunting-Rifle Das muss man auch erstmal hinkriegen Gut Ich glaub, so langsam seh ich durch Ähm, Shot Shotgun-Scheiß Ach, verflixte Shotgun-Scheiß Ähm, Muni Habt ihr euch schon rausgenommen? Ich noch nicht, ich bin unterwegs Oh, was? Gunpowder braucht sie Sieben Minuten? No Ha, ha, ha Ja, ist ja kein Ding Hält der Tag durch Der Tag bleibt jung Was, was ist, was will der hier? Der wird von irgendwelchen Lumberjacks verfolgt Ja, der will dich töten, Mann Der soll dann lassen So, das noch scrappen So langsam krieg ich ja Ordnung wieder rein Okay So Einmal durchatmen Ähm, Pfeile Wir holen jetzt Pfeile Irgendwie finden sich die im Schneebium am besten Warte mal, ich brauche glaube ich auch noch ein paar Spikes Soll ich mich vielleicht hier um die Dingens kümmern? Dann müsst ihr einmal, ähm Pfeile mitbringen Wie was? Naja, ich kümmere mich jetzt nochmal um die, um die Spike-Reihe Ist ja schon ein bisschen angeditscht Und oben könnte ich Klopsi nochmal weiter Weiter bauen Den Ring Klopsi Ähm, ich habe jetzt auch Wie heißt das? Ähm, aus diesen Scrap-Teilen, die du gesagt hattest An meiner neuen Mauer entlang Ähm, schon die, ähm Finger gesetzt jetzt Ja gut Oh, und wir brauchen noch eine Menge Zaun Alles klar White Ich weiß, da haben wir noch ein bisschen was unten in der Kiste Machen wir 50 Spürt ihr, wie sich die Spannung aufbaut? Ich hasse das, ne? Ich meine, wir arbeiten da immer sehr konzentriert Aber ich Hordentag ist immer für mich so ein bisschen Gräuel Ich weiß auch nicht Ich finde Hordentag geil Ich bin immer ganz enttäuscht, was für eine kleine Horde kommt Ich bin froh, wenn es Also ich fand es jetzt echt extrem Diese 7, 8 Durchläufe Mit den Nein Oh nein Ich habe eine Kreischerin Oh nee, Jolle Ich bin Oh, oh nein, ich zeige auch das Bein gebrochen Oh nein Jetzt, jetzt vorbei Jetzt aus, ich sag's hier Jolle, ich steig Wir haben auch unsere Außenmauer hier voll durchbrochen 237 Federn Jetzt ist sie da irgendwo drinnen Wo ist sie denn? Stürb man 250 Irgendwer ist doch von euch hier gerade, oder? Ich bin nicht da Ne, ich bin auch schon weg Hä, irgendwer schießt? Ja, ich habe geschossen, aber Äh Bin weg Weit weg From home Was? Ein Karel Karel Nickel Hallo, Karel Nickel Oh Mann Oh, Errungenschaft Nomad Also, der Schwierigkeitsrad Aua Ja Ja Jenny, bist du auch Federn am Dingsbums? Ja Warum? Frag nur Heilige Scheiße, ey Hühnchen Hühnchen Ungefähr wissen möchte, wie viel wir hier brauchen Bitte kommt und rettet mich Geht gerade nicht Oh, das Hühnchen Oh, der blöde Bär Hihihi Kannst behalten, den will keiner haben Ja, ich will den auch nicht Hühnchen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Hühnchen, Hühnchen Wie viel Federn hat denn so ein Huhn? Ja doch, die hat ordentlich 40 ungefähr, wenn nicht sogar mehr Ah, blödes Hund Genau Gib's ihm Jetzt steht der Bär da hinten rum Du willst mich doch verarschen Ich hoffe, der kommt nicht lang Ja, wer mir hier vor der Nase rumläuft Witzig Jenny Wieso werden? Na du Wieso laufe ich dir vor der Nase rum? Habt ihr euch getroffen? Weil du genau hier bist Was war denn im Dingens drin? Äh, nichts Tolles hier Ein Beaker Rezept für Fürs Mad Kit Was wir ja schon längst haben Fünfmal Tausendmal Gestollet Irgendwann brennt da hier noch Ach da Ach, hier ist ja alles offen Doch 300 Pfeile sind in Produktion So, Glock Ah, geht weg, Zombie Lass mich in Ruhe Das hab ich schon wieder umgeblendet Oh Mann ey, was ist denn hier heute los? Was hast du denn? Ich muss mir das abgewöhnen Immer mit nem NumPad hier rumzuspielen Während wir Seven Days spielen Das ist nicht gut Was machst du denn mit dem NumPad? Das ist halt mein, mein Stream Ähm Ja, also meine, meine Streamtasten Geht weg, verfusselt euch Was hast du denn für Streamtasten? Auf nem NumPad Was steht da drauf? Also was machst du damit? Ja, meine Hotkeys sind das Mann, Dödel Oh nein, oh nein, oh nein Eins, zwei, drei, vier, fünf Lumberjacks und ich kann nicht laufen Eins, zwei, drei, viele Weil ich außer Atem bin Jenny, jetzt stirb da jetzt Mein Engel, der Muse, sing Noch ein Numberjack Ich will einen anderen Weg Äh So, Arrow Vor allem, ich stinke zehnmal Gegen den Wind Ich muss mal mal anders umsetzen hier Wir müssen das ja, Leute, hier schaffen Wir müssen das schaffen Wir müssen das Meg Wenn nicht Seven Days Great Again Genau Position Die Alamo Position Ist oben auf dem Bergfried Das ist die Alamo Position Vielleicht werden wir die in Anspruch nehmen Und dann werden sie unten Den Bergfried weghacken Und dann Weghacken Das klingt so, weiß ich nicht Werden wir alle jämmerlich sterben Ja, aber mit Stil Werden wir dann sterben Also ich habe jetzt Okay dann 188 Okay Ich baue gerade Knapp 350 Pfeile Also Hab ein bisschen was Sag mal, wie sieht denn unser So, du hast den Garten abgeernt Ich wollte gerade sagen Wir essen hier durch Ist total weg Ja, weil ich halt dachte Das wäre sinnvoll Weil wenn die Zombies Und so Wir Spucker dabei haben Nicht, dass die Spucker Uns das kaputt Spucken Schweine So, jetzt hole ich mir meine Munition hier raus Ja 60, 9 Millimeter So, ich habe 60 Schuss Mehr habe ich erstmal nicht Ja, reicht ja Ich habe ja auch noch 300 Pfeile in der Mache Das ist gut Gib mal was Echt? 300? Jetzt wirklich? Du scherzt nicht? Knapp 350 eigentlich Gib mir was ab, bitte Ja, wo bist du denn? Ich mache gerade unsere Mauer Unsere Mauer So, schon wieder so Ich hasse das Wenn die sich immer durch den Boden graben Und was weiß ich weiß Ja, das ist heftig Wir müssen halt dringend hier mal aufrüsten Auf, ähm, Scrap Dazu müssen wir dann, äh Alle drei in die Mine Miene Um, äh Scrap zu holen Also Scrapity Scrap Iron Das wir da auf Iron aufbauen Was pupst du denn da hinter mir? Ich bin's nicht Hm Ich bin nur, äh Rumsschepper Rumsschepper? Ja, äh, nee Das ist Jenny Jenny hat selber Pfeile, oder? Wie viel hast du gefunden? Ähm, hast du mir jetzt Hast du mir Pfeile gegeben? Nein, weil du bist ja nicht hier Du warst doch hier gerade bei mir Nein, ich bin unten in der Das war ich Achso Das war meine Wenigkeit, die bei dir gerade war Weil ich da durch bin Hast du das gesehen, was sie angerichtet haben? Ja, richtig heftig Ich will das gar nicht Ich kann das gar nicht angucken hier Das ist ja ein Trauerkloß ist das Trauerkloß? So, ich habe einen 600er Bogen Ich habe eine 236er Was hast du gesagt? Wir haben irgendwo ne Ne Wumme? Haben wir? Hast du nicht gesagt, wir hätten irgendwo ne Gute Wumme? Achso, ja, ja In dem Es ist doch, ähm Ich hab das doch aufgeteilt Heißt du? Ja Also es gibt, ähm Doch noch ne zweite Kiste You know? Echt jetzt? Die ist da drüber Ja, die mit Also da oben Ach, da oben Und da gibt's eine grüne Neun Millimeter Hier waren ja auch noch mal 30 Schuss Neun Millimeter Jetzt hab ich 91 Ja, da ist Ist halt alles, was so fertig ist Kommt da rein Waffen und Muni Und was weiß ich Das hab ich doch aufgeteilt Ich gucke gerade Wo ist denn die Tolle? Wo macht da? 326er ist das Beste Ja, okay Dann nehmen wir die mal Reparier ich die noch Mit dem Waffenkit Und dann Nee, nee Wenn dann ich Mein Digger Wenn dann du Wenn dann ich Weil ich hab doch schon Das Das Fix Äh Fix Tool Fix Butter Also wenn du brauchst Dann gib her Aber Wo ist denn der Bär eigentlich jetzt? Wo ist denn dieser fucking Bär? Der kommt dann an Wenn wir ihn am wenigsten gebrauchen können Ist ja zufällig Den Abhang runtergerollt Das wär ja köstlich Warum wär das köstlich? Das wär einfach nur gut Ich guck mal wo der ist Ich muss noch einen Bären töten Eine Bär So, wollen wir raus? Wir hauen mal ab So, ich gebe den Hordentag In zwei Tagen Ihr wisst Bescheid Dann sehen wir uns einfach mal Diesem schönen Abend entgegen Haha Bis dann ihr Lieben Tschö Tschüss Macht's gut SchäOL Bescheid Tschö imizi SchäOL Tschö dishes Zach